I know exactly what I want, I know exactly what I need, but do you get what I need? I'm deadly like that! 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 Would you come and give me, boy? I'm deadly like that! Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Die Sims 4 Deadly Like That und Franz hat dein Pickel. Ich wollte nur eh es in den Kommentaren stehen. Franz, was hast du da? Franz, heute ist Kobold-Knalltag. Wir knallen heute Kobolde. Nein, wir... doch, wir knallen. Knallen wir heute Kobolde? Okay, ich bin sehr gespannt, was das bedeutet. Ähm, Kobold-Knalltag. Zolle den Zwergen Respekt und gib ihnen Geschenke, um festliche Belohnungen zu erhalten. Suche Zwerge auf deinem Grundstück, um teilzunehmen. Klicke auf die Zwerge und wähle Zwerg beschwichtigen. Ich dachte, wir sollen mit den... Ähm, das passt... Und warum zwinkert der so? Was? Hat er... aber... Oh mein Gott! Ähm, und er leuchtet auch ganz komisch. Und... Man sieht ihn halt durch die Maske. Das ist als einziges... So, ist es sehr gut. Franz, wir haben Kobolde. Ganz viele. Und einer ist nackt. Und einer... muss... Zwerg treten. Oh ja. Zwerg treten. Moment, wir sollten Zwerge... Aber da steht noch kämpfen. Mann, ich will einfach gar nicht... Ohohohohohohoho. Okay. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, du bist jetzt im Krieg mit den Zwergen. Ich glaube auch. Zusammen singen. Wir singen jetzt mit... Du hast angefangen. Du musst jetzt durchziehen. Du musst treten. Okay, ich muss jetzt durchziehen. Okay, gut. Dann... Trete ich jetzt Zwerge. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Hey Franz, willst du Make-up? Dann sieht man es nicht. Nee. Kann ja sein, dass du eitel bist. Bin ich. Okay, dann fangen wir jetzt an. Okay? Okay? Hm? 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 Du hast doch kein Make-up und ich wollte nicht, dass du da steht, dass ich dich geschlagen habe. Nee, da steht ganz sicherlich nicht, was du geschlagen habe. Warum bist du überhaupt schon wieder hier? Vielleicht, weil ich meine Tochter erziehen soll, dass sie nicht so bösartig ist wie ihre Mutter. Guck mal, das werden immer mehr. Ich weiß nicht, was du getan hast. Das werden halt immer mehr. Ja. Oh mein Gott, die Toilette ist kaputt. Ähm. Bin ich deswegen gekommen? Ja, ich glaube, du machst unser Badezimmer sauber hier. Oh mein Gott! Es werden halt... Nee, einer ist weg. Nee, was ist da links passiert? Einer hat sich verwandelt in irgendeine Figur. Warum lacht der Tod im Schlaf? Kannst du vielleicht mal mithelfen? Bei was soll er denn helfen? Ja, Zwerge treten. Guck mal, was das für eine Figur ist. Bam! Siehst du jetzt die Figur weg? Ach nee, das hat sie sich einfach nur dahin geportet. Zusammen singen will ich jetzt irgendwie nicht. Okay, das ist jetzt wirklich ein gruseliges... Was ist das da? Ein Dekorei. In Inventar platzieren. Okay, sie verfolgen mich. Aber wenn man sie kaputt tritt, dann hinterlassen sie Gegenstände. In Inventar platzieren. Okay, jetzt müssen wir den noch zusammentreten. Ich habe ein Element gesammelt. Das ist auch ein Element. Ich befürchte, die verfolgen uns jetzt für... Ich finde es großartig. Was ist hier los? So, so. Hä? Hä? Was ist ein Schunig? Wir sind doch gute Freunde, oder? Stör dich nicht dran, dass ich einfach so reinplatze. Wie du guckst. Guck dir einen Blick an. Zwerge. Ich habe auch das Bild gemalt. Vom Appleman. Wow, was zur Hölle ist mit mir los? Lord, was ist das denn? Ja, sag ich doch. Das habe ich gemalt vom Appleman. Zwerge. Oh! Zwerge. Was passiert denn heute hier? Was ist denn los mit mir? Ich habe keine Ahnung. Kleines, syrianistisches Gemälder. Bitte, bitte, bitte. Wie hat denn das gemalt? Das war ich. Von Isabel Vollkornbiss. Hm. Na? So, Moment. Wo sind die jetzt... Eigentlich soll man am Zwergetag den Zwergen Respekt zollen. Hast du super geschafft, als du den ersten Zwerg getreten hast. Zolle den Zwergen Respekt. Okay, wir müssen hier noch... Wo sind dann noch mehr? Aber jetzt weiß ich, wie deine verqueren Vorstellungen von Respekt irgendwie herrühren. Okay, Moment. Irgendwo sind die Zwerge jetzt. Da oben ist noch ein Zwerg. Und ein Bart. Und... Können wir den beschwichtigen? Toad hat die Zwerge verärgert. Der hohe Rat der Zwerge spricht um das Urteil über das neue... Und das nach Zwerge tretene Monster hat auch schon mal getreten. Wir treten dann noch... Ich weiß halt nicht, ob wir... Die machen das schon unter sich. Das ist okay. Ich weiß halt nicht, ob die Zwerge gerade unser... Also welche Zwerge unser Problem sind vor allen Dingen. Nee, ich weiß nicht, welche Zwerge du getreten haben möchtest. Oder Buffy. Ich glaube, die müssen hier... Das würde die Zwerge treten. Das heißt, wir kompensieren irgendwas. Irgendwas wird... Alter, den will ich auch noch zertreten. Das ist der letzte. Oh mein Gott. Tritt den Zwerg. Schnell tot. Schnell. Nein, 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 nein. Der ist ja schon längst weg. Oh mein Gott, du Honk. Den da vor dem... Guck mal, der... Der ist... Schlicht ein Buffy. Was ist denn? Was ist denn? Oh, wie er die anzwinkert. Halbnackt, der Zwerg. Hass hast du jetzt davon. Der hat Spaß. Das ist schön. Okay. Okay, wir haben das auch geschafft. Und dann müssen wir noch kämpfen. Ja. Oh, Frau. Nein. Erstmal lustig vorstellen. Nein. Ah, die Ratte versifft im dreckigen Käfen. Du suchst dir gefälligst jemand anderen, mit dem du jetzt tot kämpfen lässt. Und nicht mit mir. Was ist denn das? Das ist ein freundliches... Kampf. Aua. Die Ratte hat gewonnen. Beim Kampf auf jeden Fall. Guck mal, als ob der gewinnt. Guck dir mal die Ärmchen von dem an. Guck dir mal deine Arme an. Das ist der Tod. Momentan nicht. Momentan ist der Reaper out of... Und du bist out of focus. Tschüss. Haben wir euch jetzt vorgestellt oder so? Könnt ihr jetzt mal miteinander reden oder sowas? Du gehst gerade, okay. Hi. Ja. Okay, dann ist... Die ist ja schon wieder kaputt. Immer noch. Ich hab nur aufgewischt. Oh, oh. Die kann man nicht mal kaputt machen. Mit der kann man nur zusammen singen. Zwibbel-Fibs. Wir singen zusammen... Mit Rennrennen. Warum bin ich denn schon wieder da? Warum bin ich denn in der Nähe? Was ist denn das? Unser Kind geht uns wahrscheinlich auf den Sack. Unser Junge, weißt du? Und deswegen sind wir die ganze Zeit da. Ben, oder was? Ja. Ja, Ben ist ja auch schrecklich. Wir müssen noch mit Leuten prügeln. Aber das war schon mal seine Lieblingsfeiertags-Aktion. Er ist nicht mehr mehr da. Dann... Ihr sollt zusammen Fibbel-Fibs singen. Singt jetzt Schnüppel-Fnips. Bin ich sehr gespannt. Was jetzt? Was ist das überhaupt? Ein Bienenkostüm mit Eiscreme. Scheint so. Singt jetzt Schnüppel-Flips. Los. Hoch. Oh no, es ist schlecht. Könnt ihr... Singt ihr jetzt trotzdem? Nein. Doch. Das ist ein Weihnachtslied. Aha. Hm. Die sieht aber noch ganz nett aus. Ja. Aber auch nicht so wie ein Zwerg. Ja, deswegen bin ich auch gerade irritiert. Also Kobold-Knalltag klappt so nur mäßig. Also wir haben keinen Kobold geknallt. Können die Kinder da auch mitmachen? Oh, leider nein. Aber ich will, dass die Kinder einen Kobold knallen. Was ist das? Geh mal nachgucken. Wer ist das? Das ist Pesto. Oh nein, Pesto muss... Da ist sich das Ding hingeportet. Also ein Netzwerk haben wir auf jeden Fall platt gemacht. Das ist super. Sind hier oben noch mehr? Ich schätze, sie sind in der Nähe von Buffy und Toad. Ja, würde ich auch behaupten. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall mal hier auf... OMG, nein, nein, Franz, nein, nein. Du hast mich nicht mal verabschiedet. Nein. Ist so. Oh mein Gott, nicht da drin plünen. Oh Gott, sie wühlt da drin. Okay, alles klar. Dann geht einfach in dem Scheiß wühlen. Wo sind wir jetzt? Da ist der Zwerg. Ja, aber wir können mit der halt nichts machen. Wir können die ja nicht mehr zertreten. Okay, wir müssen mit der singen. Das ist das Einzige, was geht. Ich kann mit der... Ja, okay. Wir müssen noch warten, bis sie sich wieder irgendwo hinporten, wo es klappt. Hier gehen wir wegwerfen. Dann müssen wir relativ schnell und zügig reagieren. Und dann nicht Flingle Zips. Nee, Flingle Zips. Flingle Zips war... Oh mein Gott, das sieht auch nicht schön aus. Vor allem, wenn es komisch ist, man nur zusammen singen kann und nicht halt singen kann. Oh, gutes Timing, gutes Timing. Zusammen singen. Boah, Simba, Jepsi, da zu zu. Zah, zu, 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 zu. Nadi. Komm, schaut es noch an. So. Ja. Nee, Buffy. 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 Oh, komm her. Ich kann die Frau klatschen. Ist halt wirklich so. Und alle anderen haben wir zertreten. Boah, das ist halt deep, dass jetzt das Lied kommt, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir den nicht beschwichtigen können damit. Dann nehmen wir Froda, Schlang, Sühne. Froma, Froma, Froma. Auf geht's, singt jetzt. Hopp. Boah, tot. Dann geh jetzt den Müll aufräumen. Ja, dann kriegen wir da, glaube ich, nichts weiter. Du verkaufst das Gemälde, ach nicht, das ist so schön, das will ich behalten. Nein, wir brauchen Geld. Okay, dann verkaufe es. Und das ist kacken hässlich. Hey, ich habe das gemalt. Ist wirklich so. Ich habe das gemalt. Es ist mir egal, auch wenn du es ausgeschissen hättest. Es ist kacke. Das ist wirklich kacke. Gibt es das schon auf YouTube mit kacke malen? Wer hängt sich das denn auf? Gebäßern? Ich weiß es nicht. Also, lass das doch tot machen, dann steigt deine Gärtnerfähigkeit. Alles verkaufen, achso. Ja, die hat eh Hunger. Ne, auch. Oh mein Gott, ihr seid zwei so problematische Viecher. Gut, dass die Kinder sich da oben selbst verwalten. Es ist so schön, dass wir uns um die Kinder nicht kümmern müssen, weil die untot sind. Oder tot. Ja, oder stimmt, die sind der tot. Also, sie sind nicht tot, sondern sie sind der tot. Der tot aller. Wir müssen mit denen echt mal so ein... Oh. Oh, okay, alles klar. Das ist ein bisschen viel Müll. Wir müssen mit denen echt mal so einen Kindergeburtstag machen. Also, nicht so eine Kleinkinderparty gibt es ja. Oder dafür müssen wir Kleinkinder kennenlernen. Dafür müssen wir an einen Ort, wo es Kleinkinder gibt. Warum willst du Kleinkinder kennenlernen? Um ihnen das Leben zu ruinieren. Wir wollen auch, dass sie ganz böse sind. Ja, ich glaube, das kriegen sie schon ganz allein hin, indem wir sie einfach... nicht pflegen. Anziehen, ja. Stimmt schon. Specksalat-Tomaten-Sandwich. Makaroni mit Käse. Das finde ich ist eine gute Makaroni. Jetzt bin ich so aufgewühlt wegen dieser komischen Gnome. Und irgendwie gehen wir immer schlafen. Ich glaube, das Spiel ist wieder kaputt. Nee, die ist einfach nur müde und deswegen würde sie die ganze Zeit lang pennen. Oh, hör auf, dir was grillen zu wollen. So, der kann mich jetzt mal. Wir gehen jetzt eine neue Toilette kaufen. Wischen das hier auf. Machen die Wäsche in der Waschmaschine. Weil die eh schon zu viel Zeit brauchen. Warum isst Pesto hier unten? Pesto. Tja. 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 Planschen. Komm, Pesto. Plansch mal. Komm, Pesto. Dann versorgt das Wasser. Ja. Na gut. Pesto. Halt du. Uh, gruselig. Bisschen dumm. Beobachten wir Pesto in seinem natürlichen Lebensraum. Mh, Pest und Pestilenz, ja. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Warum möchte ich den Nasenring spielen? Das Lama sieht irgendwie so aus, als hätte man einfach eine Hand genommen. Ihr habt alle reingeguckt. Das hat nicht so aus, als hätte man einfach so aus, als hätte man einfach so aus.